blub 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 ja jetzt hatte ich mal wieder aufgenommen satte 13 minuten oder 15 und ich hab mal wieder den ton vergessen läuft beim toto läuft 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 willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und so dies das ist eigentlich so das wird jetzt mein neues motto dies das denn es gibt immer wieder neue sachen die man so entdeckt bei clash of clans gerade jetzt nach dem update da kann man gar nicht alles so auffassen ich muss auch immer ab und zu mal nachlesen was war da eigentlich noch wo gab es da noch eine kleinigkeit die da verändert oder verschlimmbessert wurde und aber dennoch bin ich endlich mal wieder bei den soßen hier im im clan beziehungsweise das ist noch aus der letzten liga hier und ihr seht auch hier wurde schon so ein bisschen mit rathaus level 13 truppen angegriffen nämlich mit dem jeti deswegen habe ich mir den angriff hier auch rausgesucht mit neuen jetis ist der sms splatty unterwegs und mit einem worden walk auf das neue rathaus sehr sehr cool sehr sehr cool muss ich sagen habe ich doch aber noch nie gesehen aber egal einmal ist immer das erste mal und schön gemacht hier das ding ist schon mal weg und sprung zauber und jetzt kommt halt weiter ich gehe mal ein bisschen näher rein weil die habe ich selber auch noch nicht in action gesehen da habe ich selber leider noch nicht in action gesehen ist aber nicht so schlimm und ihr seht dass jeder ein oder andere hat sicherlich einen kleinen trank genommen oder hat ein wenig zu viel ressourcen über gehabt oder das weihnachtsgeld war noch ein bisschen da war noch ein bisschen was über keine ahnung aber krass eben meine herren die wetzen ja heftig durch mein lieber mann sind das ist tanks oder die idee ist oder ist das so eine hybrid truppe die können ja vieles guckt euch das mal die haben ja noch gar keiner die haben auch gar keine heal points hätte ich mal fast gesagt wir sind ja immer noch alle pickepacke voll aber die werden auch nett geheilt hier von den heilern ja 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 habe ich mir genau den richtigen rausgeguckt und hier sieht hier sieht man mal so richtig schön die kleinen mini yetis wie die hinten aus dem beutel kommen wenn der wenn die yetis hier schaden bekommen und links links unten auch die 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 royale königin ist das eine königin ja es ist ja glaube ich eine die der royale champion wieso wollen wir mal benennen und echt cool gemacht hier kleiner overkill würde ich sagen mit den biestern hier gegen diese base hier aber haben die neue defense erst mal bei allen ausgebaut ist und der slimmer hält die auch noch ganz durch auch nicht schlecht alter falter das war mal nett nicht schlechter specht na donnerwett habe ich noch nicht gesehen musste ich einfach mal reinschalten kurz und deswegen hatte ich mir den angriff eigentlich rausgeguckt aber wie gesagt ich war jetzt schon länger nicht mehr bei den spätzle mit soos hier denn die haben ja auch liga gespielt ich habe woanders gespielt habt ihr wahrscheinlich gesehen wir sind aufgestiegen nach champ 2 und der clan spätzle mit das ist ja letzte saison leider abgestiegen aber diese saison haben sie es wieder geschafft sie sind wieder in champ 1 glückwunsch hier kleiner entschuldigt kleiner durchmarsch wie die gruppe hier war mit 21 stern hier relativ dominant hier oben die gruppe beherrscht so wie ich mal sagen mit mit einer niederlage allerdings wo jemand nicht angegriffen hatte kann ja immer mal wieder was sein aber hier in den letzten jetzt 41 sterne schon ziemlich krank muss ich sagen schon ziemlich ziemlich heavy hier wir gucken uns mal hier den matze an was der hier verfabriziert hat okay also aber hier sieht man hier sieht man so ein bisschen da ist jetzt im moment nur das rathaus 13 13 und der rest hier ist noch nicht so hoch ich muss immer genau eigentlich mal angucken was sie beim beim adler neu ist auf den nächsten beziehungsweise auf level 4 damit ich das mal ein bisschen unterscheiden kann im moment kann ich noch gar nicht sagen über das letzten drei oder vierer keine ahnung aber auch hier mit max truppen rein die bowler sollen ja bei mir auch die nächste truppe werden die dann hier so ein pecker smash veranstalten der die pecker dame ist auf acht geblieben aber die bowler gehen noch ein level hoch und hier auch mit den royalen helden also ich habe jetzt kaum kaum in meinem kampf angeguckt oder so der war jetzt mal wieder spontan wie ich das eigentlich immer ganz gerne mache mit rüttel zauber also mit erdbeben zauber hier schön die mitte entkernt beziehungsweise mitte aufgemacht damit sie jetzt entkehren werden kann außen laufen noch ein paar hexen und so kann man das machen aber gut wie gesagt hier ist auch noch die neue defense nicht mit dabei der das schleuder katapult und wenn das erstmal in allen bases jetzt bei den dreizehnern ist und die ein oder andere defensive auch auch oben ist inklusive vermutlich das rathaus dann mit denen mit dem freeze effekt ab level 3 dann sieht das ganze schon wieder ganz anders aus denke ich mal dann ist das nicht mehr ganz so smooth hier vor allem der flächenschaden fehlt natürlich gegen spam truppen ganz ganz enorm und wie gesagt wenn der wenn der schleuder der schleuder katapult erst mal da steht dann ich will nicht sagen dann spam truppen ade oder so aber dann wird sicherlich nicht mehr ganz so einfach aber ich freue mich einfach dass ich hier heute mal wieder bei den soßen bin einmal und das wird jetzt auch eine etwas kürzere folge weil ich am mittwoch eigentlich nicht so wirklich zum aufnehmen komme da ich ja abends ein bisschen streame und deswegen meistens eigentlich nicht am mittwoch zum zum aufnehmen komme es lässt meine zeit einfach nicht zu aber ich habe mir jetzt mal die zeit genommen bevor das hier nämlich gleich wieder weg ist denn wir starten heute abend wieder ein ck und deswegen wollte ich das einfach unbedingt festhalten also hier glückwunsch an den clan spätze mit so was das war da war info season info da muss ich hingehen und aber ihr seht das hier der ein oder andere ich hatte so ein bisschen das gefühl wollte auch absteigen weiß ich nicht dieser clan hier hat ganz ganz lange gar nicht angegriffen und naja aber was ist mir denn eigentlich noch so dies das die ist das aufgefallen es gibt noch so zwei drei sachen ich wollte jetzt erstmal nachgucken wie es um den adler steht okay der hat da unten so eine schwarze platte schwarz schwarz ja das kann ich mir sicherlich mal merken den unterschied zwischen zwei und drei aber ich habe gestern glaube ich so das eine oder andere vergessen da bin ich nur ganz kurz einmal auf die armeelager und auf das labor eingegangen denn ihr solltet eure kriegs bases prüfen ob dort jetzt nicht irgendwo löcher sind denn ich habe meine base jetzt schon so ein bisschen angepasst das heißt also meine armeelager waren auch relativ weit am rand dadurch haben sich hat sich so das eine oder andere loch gebildet ich muss mal schauen wo eigentlich mein oh ich glaube die kann das könnte ich auch noch ein bisschen verschieben wie die das ist die nachgekommene hütte hier die lassen wir mal ruhig das können wir mal ruhig so machen aber das labor bei mir ist ja oder es ist ja generell kleiner geworden das heißt hier und da in eurem basis haben sich vielleicht lücken gebildet und ich habe das jetzt auch erst einfach mal so gemacht das ist meine alte ckb ist hier die hält nicht gegen vor allen dingen nicht gegen elektro drachen da habe ich schon öfter mal kassiert aber ich habe jetzt erstmal die beiden neuen die neuen defensiven verteidigungen hier so in die felder gebaut wo da hatte ich nur lager drin oder leerraum also habe ich das jetzt erstmal gemacht könnt ihr natürlich auch machen und das was ich auch noch nicht gemacht habe ich habe die ganzen sachen auch noch nicht an der seite geräumt wollte ich erstmal nicht ich speichere das jetzt noch mal ab das nur mal so als tipp also guckt bitte mal in eure kriegs bases rein ob da nicht irgendwo so ein löchlein ist und fangt an die flicken zu stopfen so will ich das mal sagen aber was ist mir eigentlich noch aufgefallen aufgefallen ist mir noch dass es ja auch hier settings gab unter more settings dass man dub 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 wo ist das hier unten glaube ich irgendwo immer noch keiner fragt nicht nach fragt nicht nach wo ist das hier unten automatical user ability und ko das wollte ich jetzt auch mal kurz kurz einmal testen muss ich sagen snow könnte natürlich seht ihr im hintergrund weil wieder ein oder ausschalten denn über den snow könnte ich mich eigentlich nur aufregen aber ich wollte das jetzt mal testen und zwar einfach mal hier im single player ob das da auch so ist ob da die queen auch selbst eine selbst zündung hat alter falter ok hat sie nicht ich habe jetzt keine gesehen hier ich habe jetzt keine gesehen oder es ging einfach zu schnell oder es funktioniert nur in im normalen im normalen betteln keine ahnung aber ich habe ich habe jetzt mal keine gesehen und jetzt hatte ich zwar eine downtime hier das ist jetzt nicht so schlimm aber trotzdem also ich habe jetzt keine selbst zündung gesehen aber vielleicht funktioniert das da auch nicht wirklich naja wir haken das mal ab unter dies das würde ich sagen was mir auch noch aufgefallen ist zum zum schnee hier hier liegt ja überall so ein bisschen schnee was mich immer wieder wundert auch letztes jahr hat mit hat es mich eigentlich gewundert das ist natürlich auch hier im nachtdorf schneit aber es schneit nur punktuell es schneit hier nur punktuell also nur so ein bisschen so ab und zu mal bei clash of clans mal auf dem baum mal auf dem baum der baum kriegt kein schnee ab und die hinten sowieso nicht also lieber designer ich meine wenn es denn schon schneit dann soll es auch überall schneiden oder ich meine wenn ich den jetzt weg mache ist der schnee wahrscheinlich an der stelle ganz weg obwohl es überall immer schneit ach ich verstehe es nicht und die gebäude hier im nachtdorf haben ja gar nichts vom winter ich glaube hier hat nicht ein einziges gebäude schnee kann das sein im anderen dorf ist das ja wenigstens noch anders doch hier die die min und sammler sehe ich gerade die haben so ein ganz kleines bisschen schnee aber das ist dann auch gewesen oder täusche ich mich da ne meisterhütter kein schnee hier hat einfach nur kein schnee einfach nur so die min und sammler vermutlich aus dem design vom hauptdorf übernommen so nach dem motto okay wenn die schnee haben dann haben die hier auch schnee aber ich finde ich ein bisschen lieblos das sind aber nur so okay das sind nur so kleine kleine design sachen am rande und im moment warte ich einfach ein bisschen offen passiert was heißt offen pass ich warte auf die nächsten aufgaben ich bin echt mal heute mal so ein bisschen vorgeprescht ist eigentlich auch gar nicht mein ding dass ich hier so hart so hart vorpresche und mal tatsächlich jetzt schon alle aufgaben habe es gibt das ein oder andere ding buch was auch immer ohne hätte ich ganz gern bin ich ganz ehrlich also da da will ich jetzt keine da will ich nicht rumdrucksen oder so es gibt hier so zwei sachen die hätte ich wirklich sehr sehr gerne so da lassen wir die schon mal los hier und dann können die sich das dessen damals schon mal annehmen dann haben wir hier noch mal drei von denen denn ich glaube gleich zieht es in jedem fall meine truppen hier rein in die base also zumindest die peckers die elektro peckers und ja okay den einen immerhin da geht schon naja es es geht so 47 prozent das sollten in jedem fall sollte das in jedem fall ein stern schon mal sein und der hilft da jetzt noch der geht auf die meisterhütte und kriegt erstmal wenig beschuss außen sehe ich jetzt gerade oder da läuft auch noch was rum okay das ist aber auch gleich geschichte aber immerhin 60 prozent das für mich in ordnung denn für die tagesaufgabe da ich hier nur noch ein paar mauer machen muss und vielleicht ein oder zwei defensive gebäude ist das für mich hier im nachtdorf absolut in ordnung auch ob ich jetzt auf den sack kriege oder nicht aber rein interessiert mich eigentlich schon gar nicht mehr dieses lieblos gepflegte dorf von supercell 70 prozent da hat er mich schon neu ich kann ich kann nicht mal sagen der war besser höchstens dass mein dorf schlechter ist also ich kann nicht mal sagen ja besser aber ich habe hier jetzt immerhin schon den ein aber in mir fehlt ein bisschen was aber der passt es bald um hier bei mir finde ich auch sehr gut dann habe ich das drama schon mal hinter mir und kann kann mich dann die restlichen tage hier am am bonus erfreuen hier geht es auch endlich voran also es geht schon wieder ganz ganz gut ich bin ganz ganz guter dinge und ich habe jetzt die kleinen aber feinen sachen dies das nämlich immer wieder dies das glaube ich gefunden eine sache habe ich nicht gefunden leute ein habe ich nicht gefunden habt euch vielleicht auch gewundert also jetzt ich ja auch so ein kleines bisschen was getan wenn auch nicht viel ich meine klar hier wurden jetzt etwas mehr felder offen wenn ihr übrigens mal am handy spielt und hier 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 hin klickt und der king sagt euch immer kurz mal hoho oder auch hier im pass nicht erschrecken ich habe die ganze zeit immer gedacht wo kommt das her wo kommt das her diese diese stimme aus dem nichts sie kommt von da aber ich habe hier gesucht in den settings bei my clan wo steht hier eigentlich die zahl der mitglieder ich habe das gar nicht mehr gesehen hier stand sonst immer xx von 50 nicht mehr da bis ich dann mal geguckt habe das haben die hier unten jetzt runtergequetscht ihr seht das da unter dem grünen bohr lock da steht jetzt members 50 von 50 ich war wirklich ein bisschen ist so eine kleine aber feine änderung hier in dem in dem game und aber ich habe es ich habe es endlich gefunden und ja wie gesagt wir sind hier nach champions 1 ich wollte es einfach nur für euch festhalten kurze arbeit knappe dies das folge ich hoffe das hat euch jetzt nicht ganz so gestört es geht natürlich weiter am freitag samstag sonntag was wir da machen lasst euch überraschen wenn euch das ding halt hier trotzdem gefallen hat dass man doch mal oben da habe mir nicht vergessen und glocke stellen und dann sehen wir uns in weiteren videos mit mir dem torsen bis dahin • io Toto F��ратьst • ah • • •